Hallo und willkommen bei Gesundheit mit Kopf, euren Kanal für gesundheitliche Aufklärung oder Wissensvermittlung. Wenn ihr euch das, den Channel-Video einmal angeguckt habt, dann wisst ihr, dass ich Zahnarzt bin, beziehungsweise gestudierter Zahnarzt und dementsprechend auch ganz viel Kontakt mit Patienten und es kommen halt immer wieder die gleichen Fragen. Und ich möchte gerne mit einer Frage in diesem Video anfangen. Was hat der Mundbereich überhaupt mit meinem Körper zu tun? Ja, das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr das euren Zahnarzt mal gefragt habt, aber es ist ein großer Unterschied, ob ihr denkt, das hier wäre einfach nur solitär, also einzeln für sich, oder das hier hat was mit dem Körper zu tun. Und die erste Frage, die ich in diesem Video erstmal beantworten will, ist, ja, es hat was mit dem Körper zu tun und wir gehen auf die rein einfache mikroskopische Ebene, nämlich auf die Anzahl der Bakterien. Jeder weiß, dass in diesem Mundraum ganz viele Bakterien sind und dass jeder weiß auch, dass diese Bakterien in einem Gleichgewicht für den Körper nicht schädlich sind, aber wenn das Gleichgewicht gestört ist, dann fangen gewisse Sachen an zu arbeiten, sowas wie die Karies, wie die Parodontose, Parodontitis, das ist ja das, was in dem normalen Mundbereich ist. Aber was hat es mit dem Körper zu tun? Ich möchte das ganz einfach einmal erklären, weil, stellt euch vor, ihr habt tatsächlich eine Wohnung, wo alles super sauber ist und dann zieht ihr ein und langsam bildet sich der Staub, die Flusen fangen an und alles, was ihr setzt, putzt ihr weg. Super, ist ja kein Problem, ja. Das heißt, alles, was sichtbar ist, putzt ihr weg und es sieht am Anfang gut aus. Dann geht es immer weiter. Ihr bewohnt die Wohnung ein, zwei Jahre mehr in den Ecken, wo ihr eh nicht putzt, weil ihr es nicht seht, bildet sich immer mehr. Und tatsächlich kann es dann sein, dass ihr plötzlich irgendwelche Mitbewohner habt, wie kleine Silberfischchen oder andere Kleine, wo ihr nicht genau wisst, wo ihr überherkommt. Und erst, nachdem ihr herausfindet und zum Beispiel hinter dem Sofa einmal guckt, seht ihr noch das Salami-Brot von zwei Jahren. Ungefähr so. Und das ist ja tatsächlich auch das, was dann die ganzen Mitbewohner anzieht. Und im Mundbereich ist es ja genauso. Das heißt, wenn ihr Bakterien habt und die bekommt ihr nie wieder weg, also nie wieder ist übertrieben, aber die bekommt ihr nicht weg, weil sie in diesen Nischen sind, die ihr nicht findet, was machen die da? Die werden immer mehr. Und was passiert dann? Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Bakterien und es entstehen dann die lokalen Probleme, sowas wie Zahnfleischentzündungen, Mundgeruch, Karies, Paronotitis, das Übliche. Jetzt ist es unglaublich interessant, einmal darüber nachzudenken. Und das einfach nur von meiner Sichtweise aus. Also, wenn ihr Bakterien habt, die seht ihr ja nicht. Das heißt, wenn ihr Essen habt und ihr seht, der schimmelt schon so ein bisschen grün, würdet ihr das essen? Die meisten sagen, nein, natürlich nicht, weil die sehen, auf der Oberfläche ist irgendwas nicht richtiges. Jetzt habt ihr ja schönes, leckeres Essen gekocht und fangt an, in den Mund zu kauen. Da wir auch einmal schön gesund essen wollen, kauen wir auch mindestens 20 bis 30 Mal und verrühren diesen Brei komplett in diese Zwischenräume, in den Bereichen, wo wir eh nicht hinkommen. Und was nehmen die dann auf? Ja, nicht die neuen Bakterien, sondern schon die älteren Bakterien, die ein bisschen gefährlicher sein können. Ihr nehmt sie aus, vermengt sie schon mit Essen und dann zack, schluckt ihr sie runter. Auf dem Weg zum Magen habt ihr vielleicht das Glück, dass die Magensäure ein paar davon bekämpft. Wenn ihr zu schnell zu viel esst, dann passiert das nicht so gut, dann lädt das alles in den Magen hin, es wird nicht richtig durchsäuert. Und dann geht es weiter in den Darmbereich. Und im Darmbereich sind ja ganz andere Bakterien tätig als im Mundbereich. Das heißt, ihr bringt ein Ungleichgewicht aus dem Mundbereich in ein Gleichgewicht, was vielleicht im Darm ist. Und dein Körper kann dann die ganze Zeit damit arbeiten. Was passiert? Am Anfang wahrscheinlich wenig. Ganz ehrlich, am Anfang ist jeder Körper jung, kräftig, das Immunsystem strotzt vor Kraft und es wird eher wenig passieren. Doch wir reden jetzt nicht von dieser Sache, die ein-, zweimal passiert, sondern das passiert ja dauernd. Immer wieder dauernd, 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 dauernd. Und irgendwann seid ihr dann so mit 40, 50 und habt dann plötzlich irgendwie Magenprobleme, Darmprobleme oder generell körperliche Probleme. Und ihr kommt gar nicht darauf, dass es vielleicht ein Ungleichgewicht im Darm sein könnte. Verursacht durch das Ungleichgewicht im Mund. Ja, was passiert dann? Ja, euer Körper hat viel mehr damit zu tun, den Darm zu säubern, ein bisschen was auf den Mund, wenn ihr da nicht schon andere Probleme habt. Und die Kraft des Körpers ist ja limitiert. Es ist ja nicht nur unendlich vorhanden, sondern es ist einfach limitiert auf 100%. Und wenn ihr diese 100% auf den Körper verteilt, dann ist irgendwann nichts mehr da für die wichtigen Sachen. Sowas wie tatsächlich die großen Krankheiten, Reparaturmechanismen gegen, zum Beispiel gegen entartete Zellen, was dann wirklich im späteren Verlauf zu Krebszellen mutieren können. Das ist dann alles nicht da. Und das ist erstmal der erste Teil, warum der Mund überhaupt wichtig wird. Wir gehen von dem ersten Teil aus, und das ist die Bakterienflora. Wenn ihr was esst, wollt ihr was sauberes, wenn ihr im Mund schon sehr viele habt, die das Ungleichgewicht stören und ihr nehmt sie noch mit runter. Und wir reden jetzt nur vom mechanischen Unternehmen. Wir reden nicht noch von den zusätzlichen Sachen wie gestörte, verletzte Mundschleimhaut, wo sie direkt ins Blut gehen. Das ist erstmal alles außen vor. Dann nehmt ihr sie mit runter und belastet euer Körper mehr. Das ist der erste Teil, warum der Mund für mich und auch für meinen Patienten unglaublich wichtig ist. Und die Pflege, das einer der wichtigsten Sachen ist, um diesen Eingang zum Körper, also ich rede ja wirklich von den Eingang zum Körper, soweit zu stabilisieren, dass weniger schädliche Stoffe reinkommen. Weil auch in diesem Bereich geht nicht nur Essen rein, sondern wenn ihr atmet, geht es durch den Rachen. Das gehört alles zum Mund-Rachen-Bereich. Ja, im zweiten Teil würde ich dann auch ein bisschen reden, warum das Kauen mit den Zähnen überhaupt wichtig für die Gesundheit ist. Aber dazu dann im zweiten Video. Wenn ihr euch das gefallen habt, dann hinterlasst einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne subscriben, also ein Abo hinterlassen und markiert mit einer Glocke, damit ihr immer auf den neuesten Stand seid. Und diesen Kanal Gesundheit mit Kopf. Kau 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 Untertitelung des ZDF, 2020